Die lege ich mir jetzt auch auf die Tasche und was haben wir hier noch? Lob Transfusion... Ach hier! Spawned 5 Bomblets! Ah, cool! Ups! Ich nehm die auch mal mit falscher Knopf! Ich sollte... Hier ist für'n McRomancer... Für'n McIntosh! Für'n McIntosh! Hier ist für'n McIntosh was! Der Jute McIntosh! Oh oh! Da kommt was! Kommste klar? Jaja, klar! Wie schreit er denn so, der Junge? Ich schieb' hier grad voll Panik wegen deinem Geschütz irgendwie, aber... Ne, tut dir ja nix! Ne, ne! Aber trotzdem! Dass es dich in den Hintern schießt, oder was? Ja! Na, wenn auf einmal neben dir so BAM 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 BAM! Ah, ok, jetzt sind wir hier! Jack sagt, er hat es erbaut, um Wissenschaft, Forschung und was weiß ich zu unterstützen! Ja, aber das ist Bullshit! Sie nehmen Sleight und experimentieren damit an jeder Kreatur rum, die sie finden kann! WTF?! Ey, hallo! Scheiße! Ich... Ich... Jetzt sitzt der hier drauf! Mann, ey! Boah, hab ich mich grad erschrocken jetzt, ey! Ich steh' da so am Abgrund, weißt'e! WTF?! Scheiße! Ich bin auch tot! Was geht denn jetzt ab mit den Viechern, Alter? Mist! Mist! Ich krieg' ihn einfach nicht runter! Ja, ne! Ist klar! Scheiße! Ich bin tot! So richtig tot? Mh... Tod, tot! WTF?! Was sind denn das für Viecher, Alter?! Oh, Mann, oh, das ist ja übel! Ich komme! Boah, die Musik ist so geil, ne? Ja! Ich liebe das! Was sind denn das für... Alter, was sind denn das für... Die sind übel, ja! Ich komm' wieder zu dir! Halt' noch so lang durch, bitte! Ähm, ne, ich bin tot! Oder? Ach, scheiße! Ich geh' wieder rein! Ja, warte! Also... Ja, also ich geh' noch nicht ganz rein, ich warte! Also ich geh' wieder da, wo wir unser Schlachtfeld hinterlassen haben! Erstmal! Was ist das denn? Ach, da liegt ja noch Iridium, ey! Alter, da fängst du ja ganz am anderen Ende an! Iridium hier liegen lassen! Hm! Ich geh' mal schon mal wieder die Treppe hoch, aber noch nicht ganz dann dahin! Mhm! Warte, äh, oben an der Treppe auf dich! Oh, die sind ja übel, diese komischen Teile, ne? Die sind ein bisschen übel, ja! Krass! Ach, da kommst du! Ich bin noch auf dem Weg, ja! Huhu! Guck, guck! Ja, lass' mal kicken! Müssen wir da jetzt runter, oder was? Jaja, wir müssen leider hier runter, es geht nicht anders! Ach, dann lass' mal springen! Geronimo! Da ist er schon, der Arsch! Alter, die hauen so rein, das gibt's überhaupt nicht! Ich bin schon wieder tot! So... Alter, das gibt's nicht! Das ist heftig, ne? Aber wirklich! Huha, hey! Huha, hey! Warte, dahin kommt schon wieder einer! Oh! Ach, da! Der da! Kleine Pissenheilke, ey! Jep! Hä? Vorsicht, da kommen noch mehr! Hehe! Free Stars, pendejo! Oh! Ja, komm schon! Die Granaten sind ja schon mal cool! Ja, die Granaten können was, ne? Hier ist noch ein Scheißhaufen, da geh' ich mal eben rein! Neh' mir mal so'n Ding! Ich fehl' drin! Oh, kiddo, kiddo, kiddo! Dann fang' dir mal an mit dem Versuch, hm? Doch! Oh, hey! Du bist im Reservat! Ich hatte eigentlich so'n Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen! Aber du... Du kommst einfach von selbst! Danke, dass du mir die Mühe ersparst, kiddo! Oh! Ja! Komm, jetzt spring mal hier rein! Hast du da schon wieder... Ja, ja, hier schon wieder... Schon wieder ein Gefecht? Ja, ja, hier schon wieder... Wie ist da? Ja, lass mal eben das Geschütz was machen! Okay! Fliegende Scheißviecher! Genau, Raks hießen die den Namen, ist mir dauernd entfallen! Raks, ja! Nur ein toter Rack ist ein guter Rack! Nur ein toter Rack ist ein guter Rack! Jawohl! Das ist schon mein Großvater immer! So! So! Wird nicht besser, glaub' ich, wenn wir jetzt hier auf dem Weg hier durch sind, aber... Ne, glaub' ich auch nicht! Siehst du, geht nämlich wieder los! Was ist... What the fuck? Ne, 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 ne... Ih, Roboter! Ne, leg mich doch am Arsch, ey, ne Scheiß! Ja, Reparatur kannst du dir mal abschminken, Junge! Boah! Ja, die Reparatur kannst du... kannst du knicken immer! Die kannst du dir mal aber jetzt sowas von ins Kreuz drücken. Wieso sind die Biester denn bitte schön resistent? Weiß ich nicht. Gegen Schrot sind sie nicht resistent. Ja, bei mir sagt er bei Schrot resistent. Ach so, vielleicht weil das Explosivschaden ist, den ich hier raushaue. Ja gut, das kann natürlich sein. Mal gucken. Alter, haut dein Ding mal draus. Ja, geil, oder? Ja, na klar. Nekomio, ey. Jetzt komm, jetzt geh doch tot, ey. Wo ist der denn? Ja, das frage ich mich auch gerade. Da ist er ja. Ist das ein Scheißbiest, ey. Ja. Springstalker heißt der. Kritisch, so. Erster ist weg. Alter. Das ist ja echt übel, oder? Der heißt Tumba, der andere ist Simon, oder was? Simon und Pumba. Simon und Pumba. Sind da nicht die zwei aus dem König der Löwen? Ja, ja. Kannst du mich wiederbeleben? Ja. Bitte. Bitte. Komm mal. Danke. Danke. Nee, noch nicht. Scheiße. Ich hatte es denn weggeschossen. Wie, echt jetzt? Ja. Nein. Da. Granate wird geworfen. Granate! Oh, da ist Simon, der andere. Pimon. Pimon. Pumba. Wunder, oder so. Ja, das gibt's doch nicht. Wo ist die Sau? Also mit Dings trifft man ihn. Mit, ähm, Feuermunition quasi. Da ist er, das mag er nicht. Jetzt ist der Schild unten von ihm. Jetzt hab ich hier die Schnauze voll, ey. Ist das ein Arschloch? Vielleicht ist er tot. Vielleicht haben wir ihn. Jawoll, sehr schön. Oh. Ach, herrje, Mini. Blödes Scheißbiest, ey. Erst mal. Ich muss mein Geschütz wieder abbauen hier. Puh. Was für ein Arsch. Guck mal, jetzt hab ich wahrscheinlich auch so eine lange Flinte, wa? Mhm. Ja, hast du? Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ja, ziemlich. Oh. Ja. Eine kurze und eine lange. Ja. 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 Wir gehen echt. Ja, nee, ist klar. Jetzt. Mhm. Glaubt sie mir wieder nicht. Nee. So. Kinders. So, wo müssen wir denn jetzt mal hin? Wir gehen jetzt mal hier weiter. Da hinten kommen sie schon wieder. Da hault sie ihre Flinte raus. Sehr schön. Nicht schlecht, die Flinte. Geil. Mhm. Kann was, ne? Hier kann wirklich was. Aber hier... Oh, wer ist er denn? Er ist ein Badass. Aber er ist ein toter Badass. Sehr gut. Da kommen wir aber noch ein paar mehr. Geringfügig mehr. Oh, oh. Geil-O-Mat. Geil-O-Mat. Alter, ey. Was für eine. Sehr geil. Was geht denn hier ab, ey? Sehr geil. Ich liebe mein Geschütz. Hehe. Oh, was liegt denn hier im Wasser? Da kommt noch einer. Versuch. Äh. Irgendwo. Medikids hier. Hey, Medikids. Ja, ist ja gut. Ich weiß... Ey. Ach, halt doch still, Junge. Boah, der hätte mich jetzt fast... Der hätte mich jetzt fast den Kopf gekostet. Echt? Ja. Okay, die Slack-Proben, keine Ahnung. Die haben wir jetzt mal sein gelassen, ne? Ja, wo... Wie, äh... Hä? Die hätten wir noch aufnehmen müssen, oder was? Keine Ahnung. Sammle Slack-Proben. Können wir das denn noch machen? Warte, ich geh nochmal eben zu denen zurück. Liegen die da noch? Na hier, weil hier gibt's Sammle Slack-Proben. Ja, aber wir können hier auch nix sammeln. Da liegt noch Kohle, die wir übrigens vergessen haben. Kohle? Okay. Na, komm schon. Komm. Nee, das gehört zu dem Wildtier-Reservat dazu. Ich denke mal, das geht ja jetzt auch noch weiter. Und dann gibt's hier noch Sammle Slack-Experiment-Aufzeichnung. Ah ja, dann... Ich glaube, ich komm hier auch noch irgendwo. Kommt noch. Ich glaube, das kommt dann im oberen Teil. Das kann sein. Wie weit sind wir denn mit der Zeit? Wir sind jetzt bei 30 Minuten, sehe ich gerade. Oh, okay. Dann sollten wir hier mal eine Pause machen. Ja, genau. Alles klar. Dann. Ach, du hast angefangen. Weiß ich nicht. Deine war's. Deine war's. Also, liebe Leute, wir haben ein bisschen länger gemacht heute, weil wir waren jetzt so im Ballerfieber drin. Ja, genau. Ja, und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie uns hier weiter zu spielen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin sagen die gute Billy und meine eine der Zwiebelpeter. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.